So, ich bräuchte jetzt mal... Oh, das ist ein Brett. Warum haben wir da unten noch kein Brett angebracht? Jetzt legt mir doch ein Brett weg. Das ist die Munition, die ich brauche. Der einzig Tote ist im Übrigen Knorkel, deswegen kommen wir hier rum. Hier ist eine Glock. Ja, natürlich. Jetzt soll ich das machen. Dann bin ich ja irgendwann nochmal wieder. So. Meine Damen und Herren, willkommen hier im Kessel. Die Meute trugt schon. Die Zombie-Leute. Und wir haben ca. 35.378, 97 Zuschauer. 7,62. Wo, 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 wo? Hier. Matt Miles hat ein Rohr genommen. Er hat ein Rohr. Das ist so hart. Das Komfortrohr. Na, was? Wieso habe ich denn die Pillen jetzt gegessen? Da ist ein Typ mit einer komischen Brille und einem Tattoo an dem Arm. Da unten noch etwas Zombiehaftes. Aha. Der verrückte Mike. 28 Schuss. Cool. Damit kann man zuschlagen. Ah, schlagen kann man damit. Ja, super. Hau den Knaddel, hau ihn. Kann ich nicht, wir haben Friendly Fire aus. Schade. Aber guck mal, hier gibt es Zombies zum Hauen damit. 2 Zombies. Schnellfeuerschrubchen. Hau ihn. Wo ist denn die Schnellfeuerschrubchen? Also die ist nicht wirklich gut. Warte mal, ich werfe das Ding mal. Was? Der Feuer, der Schauer oder was? Ja, der ist scheiße. Spar deine Munition. Achso, ja. Da kommen noch welche. Da ist noch einer. Ja, chop, chop, chop. Wir müssen aber wieder da runter, glaube ich. Da ist nämlich noch mehr Material gewesen. Da ist noch einer. So. Wir müssen wieder da runter. Da gibt es noch Zeug zum Looten. Ui, die Flares sind ja schlecht. Wirst du looten, dann musst du erst looten. Achja. Waren wir hier schon drin mit den Hupen? Äh, die Looten. Ne, 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 ne. Okay, alles klar. Dann gehen wir noch weiter runter. Ich fühle mich so verzombiet. Leveln und looten. Leveln und looten. Leveln und looten. Leveln und looten. 3, 3, 3, 4, 6. Oh. Wir haben jetzt neues Material bekommen. Da kommt ein Hubschrauber. Da, da, da ist er. Ich sehe ihn auch schon. Äh, ja. Kallauer. Der droppt hier und so. Oh, genau über uns. Genau über uns. Ja, geil. Genau hinter uns. Schnellzeug einlaut. Liegt das auf dem Dach oder unten? Ne, liegt hier unten. Alles meins. Boah, geil. Boah, da kannst du richtig Zeug rausnehmen. Oh, geil. Geile Sachen. Munition und so ein Kram. Alles rausnehmen. Alles rausnehmen. Äh, wo ist denn da keine 6, äh, 7, 6, 2 drinne? Scheiße. Aber da ist, äh. Ups, meine Pfeile wollte ich nicht in den Händlichen werfen. Ammo. Äh, wie kann ich das Menü wieder zumachen? Mit Close. Da steht Take and Close. Achso. Take and Close. Im Übrigen. Ich habe jetzt eine geile Waffe. Ich bringe mal das Zeug nach oben. Wir bringen erstmal alles hoch, würde ich sagen. Ist auch sehr schön. Das Militär bringt uns Zeug. Äh, ich würde da gerne hoch. Geht mir mal aus, wie ihr? Nein, ich wollte keine Pfeile liegen lassen. So, hier ist nochmal eine geile Waffe für euch. Die ist so geil, die Waffe. Ich habe die Pumpgun und welche Munition. Oh. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Oh, oh, Zombies. Ganz viele Zombies. Oh. Kann ich die Pfeile eigentlich wieder... Oh, ich kann die Pfeile wieder... Oh, man kann die aufheben. Ist das cool. Ja, der ist weg. Ah, sehr schön. Dankeschön. So, das heißt, ich bin jetzt eigentlich der Übermensch. Boah, die Fläger macht sogar AE. Boah, die auch geil. Die brennen hier vorne alles. Echt? Oh, die Taschenlampe hätte ich eigentlich gerne. Kann man die jetzt eigentlich damit anbringen? Erstmal alles hoch. Ha, ich beleuchte dich. Ich leuchte daheim. Ich habe viele Bandages, doch nicht. Sledge. SV10, die hätte ich gerne... Ne, die war, glaube ich, nicht so gut. Der SV... Ja, wir bringen sie trotzdem hoch. Okay, also mit Munition schrafe ich noch nicht so ganz. Welche... Äh, da brennt Wasser unten. Ja, das ist mit dieser Flärgang. Also so Leuchtbugel-Zeugs. So, passt auf. Ich habe noch ein bisschen was mitgebracht für euch hier. Bisschen Muni. Und... Jetzt werde ich mal... Oh, ich bin schon wieder infiziert. Merke ich gerade. Haben wir noch Pillen. Wir lagen eben noch Pillen rum. Hier. Da. Hier, da. Hier, da ist immer gut. Das Problem ist nämlich, dass wir nach und nach infiziert werden werden. Das heißt, wir können eigentlich uns gleich retten. Ah ja, da. Dankeschön. Bitte sehr. So. Boah. Was für Muni brauchen die? Äh, zwölf... Zwölf Gouch. Zwölf Gouch. Und die liegt hier gerade nicht mehr. Äh... Zack. Headshot. Sei mal still Frau. Milchimpressens. Glock. Und... Ja, das war's dann. Boah. Verzieht der. Ich habe gerade was freigeschaltet. Errungenschaft freigeschaltet. Hypochondriac. Ist das ein Kocknack? Hypochondriac. Hypochondriac. Haben die was von gehört? Warte ich... Die hat ein Pfeil im Kopf. Die da unten hat ein Pfeil. Ey, das ist mein Pfeil. Dann bin ich wieder arm. Frau, gib mir den Pfeil wieder. Das wäre ja cool, wenn man die wieder aufsammeln könnte. Man kann sie aufsammeln. Das ist das Schöne daran. Deswegen schieße ich wieder wie blöd. Scheiße. Aber es ist gar nicht mehr so einfach zu zielen. Nein! Oh Gott! Was tust du? Achso. Ja, schon. Aber es ist ein Weichen her. Als ich jung war. Und noch knackig. Da kommt ein Renner. Renner-Zombies von unten. Es gibt jetzt auch schnellere? Ja, es gibt auch Kinder. Geil. Da unten ist... Das ist ein Kind, oder? Ja, das ist ein Kind. Und ich bin leider pfeillos. Frauen und Kinder zuerst. Ich nehme jetzt mal die Bretter mit. Und einen kleinen Hammer. If I had a hammer. Ah, der Bogen ist nicht so mein Pfeil, muss ich sagen. Der ist irgendwie... Der Bogen ist toll. Aber ich habe leider keine Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Geh weg da. Mit einem dicken Afro-Arsch. Da hast du noch mehr. Hm, Pfeile. Und einen Bogen. Den kannst du auch noch nehmen. Ich habe ja schon einen Bogen. Dankeschön. Ich brauche Feuerschutzwunden, damit ich zunageln kann. Komm mal mit. Beim Nageln bin ich immer dabei. Ja. Wenn ich deine Mutter nagel, dann... Ich stehe da so ein bisschen. Doof. Ah, Kind, Kind. Lass ihn los, du. Ja, aber der Kopf weg. Du siehst aber noch gut aus. Äh, ich brauche jetzt hier noch bitte einmal kurz das Ding da weg. Auf den Kopf zielen, verdammt. Boah, scheiße. Die sollen aufhören, die Köpfe zu wackeln, die blöden Zombies, ey. Die lebt immer noch. Dankeschön. Ah, Kind, Kind, Kind. Da brennen die Zombies. Brennt ihr Säue. Mach ihn platt, mach ihn platt. Der No-Aim ist schon orange. Komm ab jetzt. Geh weg da. Muss hoch, muss hoch. Wieder hoch. Böses Kind. Böses, schwarzes Kind. Ich bin tot. Es ist wirklich tot. Ich hab Angst. Ja, es ist tot. Ich hab die In-Room ausgepackt. Ich will mal ganz kurz mal heilen. Hast du Bandits? Bandits? Ne, unten. Ich hab welche. So, wir brauchen unten auf jeden Fall Verteidigung, weil ansonsten kann ich hier nicht zumachen. Oh, die Bandage. Bitte, da kommt schon wieder ein Kind, Leute. Ja, ich schieße hier doch schon Zombies tot. Ihr müsst doch sparsam mit der Munition. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich hier nicht zumachen? Ah, jetzt kann ich zumachen. Erstes Brett hängt. Schieß, schieß. Oder Hausi oder was auch immer. Scheiße. Ich mach mal das zweite platt. Nicht das Brett kaputt machen, verdammt. Auf jeden Fall noch mehr Kinder am Start. Ich hab grad ein Kind mal einen Kopf kürzer gemacht. Ich geh erstmal hoch. Ich geh erstmal mal heilen. Ich geh mal kurz hier ein bisschen äxten. Da kommt's Kind. Ja, ich seh's, ich seh's. Voll in die Fresse, ey. Okay, jetzt brauche ich definitiv wieder nach... Oh, ich bin schon wieder... Bin schon wieder infiziert. Also bitte, die... Die Bretter dürfen wir nicht angreifen. Weil die sind nämlich so... Die Ruckzuck kaputt. So wie ich das gerade hier mache. Das war ja Klug von dir. K.L.U.K. So. Äh... Ups. Schon wieder? Ich bin ein bisschen infiziert im Übrigen. Alter, die ruckeln in der letzten Sekunde immer wie ihren Kopf zur Seite, die Hurensöhne. So. Und ich mach nochmal ein zweites Brett hin. Jetzt haben wir die Doorways zu. Allerdings, wenn wir nicht langsam Pillen finden, dann... Ich heim... Ich heim hier mal ein bisschen. Geht auch nicht. Ich hab auch keine Pillen mehr. Aber wir können auch die Kiste leer machen und da andere hinsetzen, oder? Äh, anscheinend kann man die nicht mehr da hinsetzen. Das ist ein Problem. Achso, der Punkt ist verbraucht, ne? Das ist irgendwie komisch und unlogisch, aber... Ja, dem ist wohl so. Dann müssen wir wohl weiterziehen. Der Knorcker... Ja, das ist wohl richtig. Der Knorcker sieht nicht so gut aus. Ja. Ich hab keine Munition irgendwie. Aber irgendwie raff ich... Mit der Muni raff ich irgendwie gar nicht. So, was gibt's eigentlich zu raffen? Ich seh nicht, äh... Welche Munition... R gedrückt halten. Ja. Der holt sie dann raus. Er guckt danach, wie viel Munition du noch hast. Und unten rechts... Unten rechts musst du kurz gucken. Unten rechts ist das dann. Oh, langsam wird's dunkel hier. Ah, Pummi 22 LR. Ja. 6mm. Kompliziertes Spiel. Muss schon sagen. Für Knorcker viel zu kompliziert. Ah, hör auf zu jedem Mem hier. Meine Güte. Jeder lernt das mal. Du spielst das jetzt das erste Mal. Knorke, die alte Flan-Memme. Hat jemand noch Starnack-Munition? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Wahrscheinlich schon alt. Doch, da liegt doch noch was hier. So, alles getroppt. Ich hab grad nochmal das Jagdgewehr gefunden. Oh. Wie ist das? Nein, I'm right. Du triffst doch eh nicht. Guck mal. Schon gebissen. Und nochmal gebissen. 47. Dötet ihn, dötet ihn, dötet ihn. No, 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 ich will Hubi essen. Ich will Hubi essen. Ich muss Hubi essen. Ich muss Hubi essen. Lass mich Hubi essen. Nein. Kann man ihn wieder runter schubsen? Liesst du mich schubsen? Hör auf mich zu schubsen. Das ist nicht voll... Oh, ich bin tot. So, alles getroppt, was ich hab. Aber ich bin halt... Ach, Knorke ist wieder da. Wie kommt ein Glaube wieder? Was? Wieso? Warum ist Knorke? Ja, bei der Wave. Der Wave kamer. Boah. Das ist immer, wenn eine Wave überleben, dann kommen diejenigen gestorben sind, kommen dann wieder. Okay. Manchmal kommen sie wieder. Ja. Sometimes they kamer gern. Ne, du nimmst jetzt... Wenn die aber keine Leitern klettern, das wäre ja ein bisschen schwach. Mit der rechten Maustaste kannst du im Übrigen zielen, ne? Also, so ein bisschen besser zielen. Knorke. Ja. Was doof ist, man sieht, wenn man über die Munition hobert, sieht man nicht, was für eine Munition es ist. Man muss erkennen von der Farbe und der... Das ist ein realismusgezogene Spiel. Also, die... Du wirst ja bald merken, wenn du zum Beispiel eine Shotgun benutzt, dann weißt du irgendwann, wie die Munition dafür aussieht. Das wissen wir im Übrigen auch noch nicht alle. Üben, üben. Wie viele Waves habt ihr denn? 93%? Einen remaining? Ja, geil. Das heißt, ich bin gleich wieder da. No aim muss ich mal heilen. Wollen wir mal zu viel rüber? No aim muss ich mal heilen, genau. Äh, genau. Verlagert... Verlagert doch mal das Lager im Übrigen. Hey! Ich bin wieder da! Wo ist mein Bogen? Der liegt da oben immer noch. Die 12 Gorge? Was kommen wir denn? Das ist deine Schrotflinte, hab ich vorhin schon gesagt. Nein, der Punkt ist ja verbraucht. Du ne Scheiße. Ist es nicht? Dann musst du... So, 15 Pfeile. Ich muss... Geht das so wie geht's? Wo ist meine Axt? Da ist meine Axt. Oh, da kommt ganz schön viel Nachbarschaft. Hat jemand noch 5,56 Munitionen? Guck mal bei 2 nach. Ich hab momentan leider nichts außer Pfeile. Mehr kann ich leider nicht holen. Ich hab halt hier gar nicht wieder die M16 mit denen. Das ist momentan die einfachste Map, die wir haben. Glaube ich. Achtung, ein Kind kommt, ist unten da und, äh, füllen mit uns spielen. Toll. 200 gefühlte Zombies. Und ich treff nicht ein, weil sie alle knubbeln. Hör mal auf dich zu bewegen. Oh, der Opa ist aber schnell. Danke schön. Kind weg. Noch ein Kind weg. Da war ich auch keiner. Boah. Zack. Europa weg. Zack. Boah. So, äh, Feuerschutz bitte geben. Es sind irgendwo noch Kinder. Was, wieso das denn? Ich bin doch gerade aufgestanden. Orange. Ja, wahrscheinlich wenn man wiederbelebt wird, ist man orange. Lack ich nicht noch im Hellspack oder sind die schon alle aufgebraucht worden? Ne, dann sind die schon alle weg. Ich muss runter wegen Pfeilen. Oh, da kommen viele. Äh, viele schnelle vor allem. Nein, da ist jetzt auch ein bisschen weg. Nein, 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 nein. Hier ist eine Treppe im Übrigen, ne? Also ne, ne, ne Leiter. Oh, fuck. Oh, doof. Hat sich gehimmelt. Doofes Spiel. Es sind aber auch ein bisschen viele. Ne, ne, ne. Das Spiel ist nicht doof. Ja, ich bin doof. Ich weiß. Ich weiß. Norka stellt sich, äh. Er ist halt so wie immer. Er ist halt echt so wie immer. Ja, wir haben ja gesagt, es ist ein DayZ-Spiel. Das heißt, bisschen langsamer vorangehen, bisschen austesten, nachdenken, genau. Nicht alleine runtergehen, Bescheid sagen, was du machst. Das ist erstmal total wurscht, sondern wirklich Bescheid sagen, was du machst. Da unten zappelst ganz schön. Ich guck jetzt mal, ob der Zombie hier hochkommt im Übrigen. Ne, der kommt nicht hoch. Ich weiß mittlerweile ganz gut, welche Munition für was ist. Da steht doch eigentlich immer ganz gut dran, ne. Mann, ich mach die Pfeile, die der Zombie da in sich stecken hat. Was? Er lebt ja immer noch. Äh. I'm empty. Gott sei Dank, Mann. Gibt's... Auf die Bank, ja. Kann das Blut einen infizieren, wenn du den anschließt, wenn ich neben dir stehe? Ja, kann es. Fein. Das hier ist 375, äh... Im Übrigen, Knorka, Tipp. Mal kurz zuhören. Wenn du R gedrückt hältst, ne. Und er zeigt dir, welche Waffen Munition. Und dann zeigt dir der auch die Box, die dazugehört. Und die liegen auch auf dem Boden rum. Mhm. So, ich glaub das ist die hier zum Beispiel. Just your, äh... Ich schau euch jetzt mal ein bisschen zu und komm mit hier mit irgendeinem Donut. Ah ne, das ist die Munition, genau. I'm out! Also eigentlich müsste es die hier sein. Warte mal, das ist die, das ist... Oh, das Wusel ist ganz schön. Ja, Wusel, Wusel, Wusel. 375, also vom Aussehen her ist das so eine schwarze. Aber die gibt's hier nicht wirklich. Das heißt, wir werfen jetzt... Genau, die weg. Ah, da unten ist ja richtig... Gut, das Brett hält noch im Übrigen. Das eine, das heißt, ich geh mal runter. Ah, Gott, hier ist ja richtig... Hier ist ja full house. Ich geh mal wieder hoch. Aua, das hat mich gebissen. Nein, ich häng fest. Ach, das ist ein Kind. Warum sagt das eigentlich keiner? Weg, weg, weg. Hau ab. Kämpfe, Mai, Kämpfe. Hau jetzt ab, Mann. Ich will hoch. Vor allem. Puh, puh. Äh, wir haben da unten im Übrigen so ein oder zwei, äh, Gesellschafter. Die wollen in eine Gewerkschaft mit uns einsteigen, hab ich gehört. Da ist der Trockner wieder, der Trockner aus der Hölle. Haha, ja genau, meine, meine Batterie, der schneidet wieder kräftig. Ja. Es ist nicht nur der Knorren, der sich mal kräftig einschleudert. Great. Im Übrigen war hier noch eine Waffe mit Munition. Deswegen mach ich hier mal gerade sauber. Vor der Tür. Aha, hier sind jede Menge neue Freunde. Seh ich schon. Äh, ja, ich, äh, meinte ja schon. So ein oder zwei Hammer. Hammer. Höh, höh. Ist voll Hammer. Da unten ist auch was. Ich kann irgendwo runter. Muss mal eben hier wechseln auf... Nächste, nächste Dings ist auf jeden Fall... Also nächste Agenda ist hier das Lager verlassen. Weil wir brauchen definitiv etwas, wo wir heilen können. Und ist leer. Ja, stimmt, da war ja was. Ich weiß ja, wo er jetzt ist. Da hinten, da hinten drüber, da hinten die Leiter runter ist. Da hinten? Wo ist denn hinten? Hier. Okay. Und dann muss da so eine... Ich hab... Noch null Munition. Ähm... Kannst du die hier benutzen? Hinter dir, Dirk? Was? Hier draußen, die Muni. Ist das die für dein Gewehr? Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Was, Stalag? Oh, du Arsch. Du Sack. Ich brauche noch mehr davon. Ähm... Ich bin mal dafür, dass wir das Lager nach unten hinten, wo sie herkommen momentan verlagern. Quasi das Lager verlagern. Und zwar in der nächsten Welle. Ihr habt noch 30 Stück, die ihr erschießen müsst im Übrigen. Oder irgendwie anderweitig aus dem Verkehr ziehen. Das schafft ihr, Jungs. Das schafft ihr. Ich hab 15 Schuss. Das sind potenzielle 15 Zombies weniger. Okay, 14. Du schaffst es. Du schaffst es. Einfach konzentrieren, dann geht das schon gut. Oh, Mike. Alter! Ey, ich schieß genau auf den Kopf. Achso, im Übrigen, äh, nie spoilern und so, ne? Knorke. Das ist nicht gut. Ah, okay, okay. Ich hab nur, ah, ah, Mike gesagt. Das ist ja auch so. Ja, ist ja auch so. Das ist echt hart, ey. Ohne Scheiß. Also, wie gesagt, wenn ihr dann runter geht, dann, ähm, dann könnt ihr das auf jeden Fall verlagern. Das Lager. Verlager lagern, quasi. Das Lager verlagern. Ich verlagere dich auch gleich mal. Mr. Lager Lagerfeld. Hier sehen wir, Gnadl war in Aktion. Guck mal auf die Kamera schön hinbekommen. Das heißt, Mike ist tot. Wie kommst du denn da drauf? Ich will nicht spoilern, ich will nur... Nom, 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 nom. Martin vom Acker. Der läuft sogar weg. Das ist ja nice. Dirk, da kommt einer. Opa, knall den gleich mal ab. Nom, 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 nom. Ich hab ihn auch gebissen. Ich hab's genau gesehen. Den alten Mann mit Brille. Dirk, bist du infiziert? Sag die Wahrheit. Ich weiß es nicht. Ich kann's noch nicht sehen. Das ist immer etwas, was wir auf jeden Fall immer machen. Wir sagen nicht, wenn wir infiziert sind. Wenn wir keine Heilmöglichkeit mehr haben. Guck mal, hier schwebt ein Zombie. Der hat schon Superkräfte entwickelt. Ihr braucht noch 14. Mir geht so langsam die Munition. Außer meinen. Hubi, um die Ecke. Es sind so ein paar Nachbarn. Da hab ich jetzt mehr... Uh. Zwei auf einem. Streich. Nicht schlecht. Hubi, dein Opa. Ich hab für dich noch einen Schuss sogar hier. Ah, schön. Einen. Mach das Beste draus. Der geht wahrscheinlich daneben. Kick up. Boah geil, hier kann man fast eine dritte Folge draus machen. Ja? Department of Defense Box. Gesundheitsstation. Wissen wir noch nicht. Wo hast du sie hingebaut? Hinten drin? Hinten. Da wo ich sie eben gesagt hab runter. Ach, hier in der Ecke. Cool. Ihr müsst noch neun erledigen. Wie sehe ich Hellface mäßig aus? Sag mir das mal mit. Orange. Bitte. Yeah. Du mach einfach weiter bis du grün bist. Jetzt bist du grün. Hooray kommt. Zoom mal direkt auf mich rein, dann siehst du wie viele Headphones ich wirklich hab. Also man sieht seine eigene Gesundheit nicht so wirklich. Wo man an der Box ist. Ich seh nur, dass du grün bist. Das ist alles. Hm. Ja, du musst schon, äh, Ego Pass bis Feld. Ach so, ach so, ja. Ähm, Gnadl hat 85. Hooray hat 70. Du hast 87. Ja. 88, 9. Du kannst dich schon ganz festhalten, dann halt dich schon auf 100 und dann hört's eher auf. Ja. Voll. Voll. Also du musst nicht, musst nicht rumdingsen. Du kannst einfach, äh, draufhalten. Also Gnadl hat 85 und Hooray hat 70. Oh geil. Die Shotgun ist schon geil, ja. Seh ich gerade. Live Action mit No Aim. Nice. Der Hubi macht gerade die letzten drei für euch. Eins, zwei und ihr seid durch. Yay. Geil. Nächste Reihe und nächste Folge. Ah, scheiße. Direkt durchs Brunnen. Auf Wiedersehen. Zit yang ihr habt, Dorthof. Und du kannst dich halt zu haben. Go, bre seguern. Tja. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.